Und? Wie heißt sie? Ist ein Assi-Name. Rate. Mandy? Nein. Marilyn? Nein. Brittany? Nein. Tiffany? Nein. Candace? Nein. Alter, verarsch mich nicht. Ich kenn mich aus mit dem Scheiß. Ich seh ja überhaupt nicht so aus, als würde ich dich verarschen. Okay, Tempo rollen. Jetzt kommen ein paar Namen hintereinander. Wenn er dabei ist, will ich den Buzzer hören. Kommt der Buzzer. Kapiert? Ja. Brandy, Heather, Channing, Rihanna, Amber, Sabrina, Melody, Dakota, Sarah, Bambi, Crystal, Samantha, Autumn, Ruby, Taylor, Tara, Tammy, Lauren, Charlene, Chantel, Courtney, Misty, Jenny, Christa, Mindy, Noelle, Shelby, Trina, Reba, Cassandra, Nikki, Kelsey, Shauna, Jolene, Erling, Claudine, Savannah, Casey, Dolly, Kendra, Collie, Chloe, Devin, Melusha, ist es Becky? Nein. Warte, ist es einer dieser Namen mit einem Lynn hinten dran? Yep. Okay. Brandy Lynn, Heather Lynn, Chami Lynn.